Du hörst eine Mumpitz und Glitzer Podcast-Produktion. Wenn dir unser Podcast-Angebot gefällt, kannst du uns auf Patreon unterstützen, uns weiterempfehlen oder eins unserer fabelhaften Shirts kaufen. Weitere Infos findest du unter www.mainzgas.de Hallo und herzlich willkommen zu Mumpitz und Glitzer on Topic. Heute in der neunten Episode sprechen wir über PrEP. Und da ich mich ja nicht so gut mit PrEP auskenne, habe ich mir einen Gast dazu geholt. Und zwar den Niklas. Ja, hallo. Niklas, wer bist du eigentlich? Im wirklichen Leben bin ich Filmemacher und habe mich auf Dokumentationen im Bereich Gesundheit und Menschenrechte spezialisiert. Das heißt, zu gut Deutsch, ich mache sehr viel Videodokumentation über HIV. Im Rahmen dieser Arbeit bin ich dann auch schon recht früh, nämlich im 2010, das erste Mal auf das Thema PrEP gestoßen, als nämlich die Welt-Aids-Konferenz in Wien war. Und da war ich das erste Mal da und da wurden gerade so die ersten Ergebnisse der ersten Studien präsentiert. Und wie kommst du denn jetzt direkt auf das Thema HIV? Ach, das hat mich einfach schon immer irgendwie begleitet. Also nach der Schule, das war dann so in den frühen 1990ern, habe ich ein paar Jahre lang als Ehrenamtler bei dem Projekt Hein und Fiete in Hamburg gearbeitet. Das ist so Informationen für schwule Männer, einerseits so über die Szene, was ist so los, aber andererseits eben auch Informationen über safer Sex und sexuelle Gesundheit. Und da ging es eben natürlich um HIV und ich hatte halt einfach immer so das Gefühl, HIV gehört halt leider zum Schwulsein irgendwie dazu. Ja, insofern hat mich das Thema schon immer sehr interessiert. Und dann hast du gesagt, kam das Thema PrEP auf. Und für die Leute, die das jetzt irgendwie gar nicht kennen, was ist PrEP und vor allem, was ist PEP? Okay, also PrEP, P-R-E-P steht für Prä-Expositions-Prophylaxe. Prä bedeutet vorher. Mit der Exposition ist sozusagen das dem Virus ausgesetzt sein gemeint, also zu gut Deutsch der Sex. Also die Situation, wo man eventuell dieses Virus bekommen könnte. Und Prophylaxe heißt so viel wie verhindern. Also vor dem Sex etwas verhindern. Und du hattest jetzt eben auch schon die PEP angesprochen, die Post-Expositions-Prophylaxe. Das ist eben nochmal eine Maßnahme, mit der man nach dem Sex noch verhindern kann, eine Ansteckung zu verhindern. Zur PrEP, mal so in einem Satz gesagt, PrEP ist eine neue Möglichkeit, wie sich HIV-negative Menschen durch die vorbeugende Einnahme eines Medikamentes vor einer HIV-Infektion schützen können. Bei der PEP ohne R ist es so, das kann man machen, wenn man eine, wie das dann immer so schön heißt, Risikosituation hatte. Also zu gut Deutsch, wenn man ohne Gummi gefickt hat. Dass man dann versucht, innerhalb von möglichst 48 Stunden mit einer PEP anzufangen. Da würde man dann einen Monat lang eine volle HIV-Dreier-Therapie nehmen. Dreier bezieht sich auf drei verschiedene Wirkstoffe, die da genommen werden. Und damit kann man noch versuchen, im Nachhinein eine Infektion zu verhindern. Das ist aber eben sozusagen nur so als Notfallmaßnahme gedacht. Bei der PrEP ist es so, dass man eben schon einige Tage, bevor man Sex hat, anfängt, regelmäßig täglich eine Tablette zu nehmen. Es gibt verschiedene Einnahmeschemata, da kann ich dann gleich noch drüber sprechen. Dann nimmt man die PrEP halt eben so lange, wie man diesen zusätzlichen Schutz braucht. Und dann nach dem letzten Mal, wo man Sex hatte, nimmt man es dann auch noch ein paar Tage lang. Und damit ist der Schutz vor HIV dann gegeben. Und wie sicher ist das Ganze? Dafür ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass es da zwei verschiedene Betrachtungsweisen gibt, wenn es um die Effektivität von Medikamenten geht. Das eine ist die reine biologische Wirksamkeit. Also was kann dieses Medikament, wenn es wirklich wie vorgeschrieben eingenommen wird? Und die liegt bei PrEP wirklich bei nahezu 100 Prozent. Das heißt also diese biologische Wirksamkeit. Die Information ist wichtig für eine einzelne Person, die sich jetzt überlegt, ist PrEP was für mich? Denn da ist eben die Überlegung, kriege ich es hin, diese Tabletten so wie vorgeschrieben einzunehmen? Wenn ja, dann weiß ich, ich bin zu nahezu 100 Prozent geschützt. Diese 86 Prozent zum Beispiel, die auch oft genannt werden, das ist die sogenannte Gesamteffektivität der Maßnahme PrEP. Das ist so aus Public Health Sicht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das Gesundheitssystem, das Gesundheitswesen überlegt, wäre PrEP eine sinnvolle Maßnahme, die wir einführen in unserem Land. Da ist dann eben spannend, diese 86 Prozent Risikoreduktion. Diese 86 Prozent kommen zum Beispiel zustande in einer Studie, in der PrEP untersucht wurde, haben sich in dem Studienarm, die also aktiv PrEP angeboten wurde, gab es drei HIV-Infektionen. Diese drei HIV-Infektionen waren aber nicht bei Leuten, wo die PrEP jetzt irgendwie nicht funktioniert hat und auch nicht bei Leuten, die das irgendwie zu unregelmäßig genommen haben. Und deshalb war dann der Wirkstoffspiegel nicht hoch genug oder so, sondern der eine Fall war jemand, der hat sich ganz kurz bevor er mit der PrEP angefangen hat, mit HIV angesteckt. Und da konnte dann der erste HIV-Test, der vor Beginn einer PrEP gemacht wird, konnte diese Infektion noch nicht darstellen, weil bei einem HIV-Test gibt es ja immer so das sogenannte diagnostische Fenster. Das heißt, ein HIV-Test kann immer erst Infektionen überhaupt feststellen, die mindestens, je nachdem welcher Test gemacht wird, mindestens zwei, drei, vier, fünf Wochen her ist. Und der hat sich halt so kurz vorher erst angesteckt, dass er eben schon positiv war. Der Test hatte das aber noch nicht entdecken können. Das haben sie dann halt einen Monat später beim nächsten Test festgestellt. Und klar, wenn man schon HIV hat, dann funktioniert PrEP, die PrEP natürlich nicht mehr. Die beiden anderen Infektionen, die es gab, das waren beides bei Menschen, die irgendwann einfach keine PrEP mehr genommen haben. Also warum, wissen wir nicht, aber sie haben einfach definitiv irgendwann aufgehört, die Tabletten zu nehmen und haben sich dann jeweils ein paar Monate später angesteckt. Das heißt, die haben sich angesteckt zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich gar keine PrEP genommen haben. Da sie aber eben Teil dieser Studie waren, werden diese Infektionen mitgezählt. Für das Gesundheitswesen ist es ja sozusagen interessant, wie viele Leute, denen wir PrEP anbieten, bleiben denn auch dabei, sodass sie dann auch wirklich gut geschützt sind. Und deshalb kommt es halt zu diesen 86 Prozent. Das ist also wirklich so ein rein statistischer Wert. Also wir können wirklich sagen, wenn die PrEP wie vorgeschrieben eingenommen wird, ist die Schutzwirkung wirklich nahezu 100 Prozent. Es gab insgesamt bis jetzt drei dokumentierte Fälle weltweit, wo die PrEP anscheinend nicht funktioniert hat. Bei zwei davon hatten die Leute jeweils das halt echt sehr seltene Pech, HIV von jemandem zu bekommen, dessen Virus A über der Nachweisgrenze war. Also der war nicht in Behandlung und damit war er eben nicht unter der Nachweisgrenze, weil wenn er unter der Nachweisgrenze ist, kann jemand HIV nicht mehr weitergeben. Und diese Viren waren dann jeweils auch resistent gegen beide Wirkstoffe, die in dem Medikament drin sind, was zur PrEP gegeben wird. Und dann kann eine PrEP, die mit diesem Medikament arbeitet, natürlich nicht funktionieren. Das kann vorkommen, aber es wird halt nur wirklich sehr, sehr selten vorkommen, weil diese Resistenzentwicklungen, die passieren nur sehr, sehr selten. Und dass sich also Resistenzen gegen beide Wirkstoffe entwickelt, das passiert dann sozusagen noch seltener. Also um das mal einordnen zu können, in den USA ist PrEP seit 2012 zugelassen, die waren das erste Land. Es wird geschätzt, dass zurzeit weltweit, weiß nicht, vielleicht so 300.000, 400.000 Leute PrEP nehmen und das eben teilweise schon seit einigen Jahren. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie oft wurde sozusagen schon auf PrEP gefickt? Also ein paar Millionen Male wurde schon auf PrEP gefickt und dreimal davon hat es halt jetzt nicht funktioniert. Das ist immer noch so ein ganz guter Schnitt. Der dritte Fall war noch ein bisschen anders. Der hat sich nicht mit einem resistenten Virus angesteckt. Aber, also da sind die Wissenschaftler jetzt noch am Auswerten, woran es genau lag. Was aber auffällt bei dem Fall, der hatte halt auch echt viel Sex, der Typ, der sich da angesteckt hat. Und also mit echt viel Sex meine ich, also der hat angegeben, dass er in dem Monat, in dem er sich wohl mit HIV angesteckt hat, Sex mit bis zu 50 verschiedenen Partnern hatte. Also in einem Monat und dabei eben auch oft der Passive beim kondomlosen Sex war. Das heißt, der hat halt auch echt viel Sperma in den Arsch bekommen. Und rein statistisch ist dann natürlich auch immer mal Sperma dabei, wo HIV drin ist. Und ja, vielleicht sehen wir in dem Fall, irgendwann gibt es mal sozusagen ein Limit, was PrEP verhindern kann. Aber eben davon, wie gesagt, haben wir bis jetzt nur einen einzigen Fall. Also deshalb ist es ihm ganz wichtig zu sagen, also PrEP ist nicht 100 Prozent sicher, aber ich würde mal sagen 99,998 Prozent. Und auch bei Kondomen, Kondome schützen sehr gut vor HIV, wenn sie verwendet werden, aber können halt eventuell auch mal reißen oder eben auch mal vergessen werden oder einfach nicht verwendet werden. Und deshalb sagen wir auch schon bei Kondomen immer, es ist nicht safe Sex, sondern safer Sex. Das heißt also, mit Kondom ist es safer als ohne und genau dasselbe können wir eben auch für PrEP sagen. Also auch PrEP ist safer Sex. Wie sieht denn das aus? Wäre so eine Mischkombo aus PrEP und PEP möglich? Also wenn man jetzt täglich dann die PrEP einnimmt und keine Ahnung, auch noch mal mit Kondom verhütet, um noch mal sicherer zu sein und dann halt merkt, okay, das Kondom ist jetzt gerissen und ich merke, okay, die Person ist dann oder ich habe mit der Person gesprochen und ich weiß, dass die Person auch positiv ist und über der Nachweisgrenze ist, dass man dann im Nachhinein noch mal mit PEP nachhilft. Und ist das möglich? Das würde kein Arzt verschreiben, weil das auch Quatsch wäre. Also weil die PrEP ist sozusagen schon das Sicherheitsnetz, wenn keine Kondome verwendet werden. Man ist wirklich, wenn man die PrEP wie vorgeschrieben einnimmt, ist man, was HIV angeht, wirklich gut vor HIV geschützt, dass man auch ohne Kondome Sex haben kann. Und auch mit Partnern, die positiv und über der Nachweisgrenze sind. Also da wäre es dann völlig Quatsch, noch mal eine PEP zu nehmen. Also der Unterschied zwischen der PrEP und der PEP in Deutschland ist, dass bei der PEP noch ein weiteres Medikament, also ein dritter Wirkstoff gegeben wird. Es gibt aber auch viele Länder, wo eine PEP nur mit diesem Medikament, was wir jetzt auch als PrEP verwenden, gemacht wird. Also insofern, da wäre dann schon gar kein Unterschied mehr zwischen PrEP und PEP, was jetzt die Medikation angeht. Wenn man über PrEP liest, dann hört man ja auch immer das Wort Truvada. Was ist das eigentlich? Genau, also Truvada ist der Markenname dieses Medikamentes, was jetzt als erstes Medikament zur PrEP erforscht wurde. Also Truvada ist schon seit über zwölf Jahren auf dem Markt zur Behandlung von HIV, also wenn man HIV-positiv ist. Nehmen viele Menschen Truvada, aber dann eben immer noch mit mindestens einem weiteren Medikament oder einem weiteren Wirkstoff. Denn nur Truvada alleine, also nur diese zwei Wirkstoffe, die in Truvada drin sind, die würden nicht ausreichen, um eine HIV-Infektion zu behandeln, wenn man also schon HIV-positiv ist. Truvada wurde als sozusagen der erste Kandidat für eine PrEP ausgewählt, weil es eben ein sehr gutes, sehr sicheres Nebenwirkungsprofil hat. Eben weil es auch schon seit über zwölf Jahren im Einsatz ist, wissen wir da eben auch schon, was sind denn so die Langzeitnebenwirkungen. Und da hat man gesagt, das ist wirklich sehr gut verträglich in der Regel bei den allermeisten Leuten, die das nehmen. Dass man es da dann auch sozusagen verantworten kann, einem ja eigentlich gesunden Menschen ein Medikament zu geben. Truvada ist halt das Medikament von dem Originalhersteller. Inzwischen ist es so, dass in Deutschland das Patent von Truvada gefallen ist. Ja, beziehungsweise da gibt es noch gerade so Rechtsstreitigkeiten, weil der Originalhersteller sieht das noch so ein bisschen anders. Der meint, sein Patentschutz gilt noch bis 2020. Aber es gibt jetzt eben schon Generika, also eben, das kennen wir aus der Werbung, gibt es da nicht auch was von Ratiofarm? Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Ratiofarm tatsächlich ein Generikum von Truvada auf dem Markt hat. Aber, also es gibt inzwischen auch in deutschen Apotheken mehrere generische Versionen von Truvada, die heißen dann immer so ein bisschen anders. Da ist aber vom Prinzip her genau dasselbe drin und es hat eben auch genau dieselbe Wirkung. Insofern wird natürlich oft noch von Truvada gesprochen, aber ich denke, dadurch, dass wir halt jetzt erst so richtig in die PrEP einsteigen in Deutschland, wird kaum noch jemand das Original Truvada als PrEP nehmen, sondern eben eins der Generika. Und da gibt es jetzt auch seit einer Weile ein ganz spezielles Generikum, was jetzt auch sehr kostengünstig, nämlich für ca. 50 Euro pro Monat erhältlich ist. Und warum ist das jetzt so günstig? In der Herstellung kostet das ein paar Cent pro Tablette. Was die Geschichte in Deutschland angeht, bis vor ein paar Wochen waren die Medikamente in Deutschland auch noch sehr, sehr teuer. Also das Originalmedikament Truvada kostet auch nach wie vor, ich glaube, 820 Euro pro 30 Tabletten. Das heißt, wenn man es täglich nimmt, eine Monatspackung kostet 820 Euro. Das kann sich wirklich kaum jemand leisten. Das hat auch wirklich kaum jemand gemacht. Und es ist halt leider immer noch so, dass man in Deutschland die PrEP selber bezahlen muss. Also die Krankenkassen übernehmen das nicht. Da sind wir dran, dass sich das hoffentlich bald ändert. So, es gab aber schon, es gibt schon seit vielen, vielen Jahren Generika von Truvada, die aber auf dem deutschen Markt und auch generell so auf den Märkten der westlichen Industrienationen aus patentrechtlichen Gründen nicht verkauft werden durften. Aber die gab es halt schon lange. Die werden dann halt von Herstellern aus Indien zum Beispiel produziert, um damit Menschen, die mit HIV leben, kostengünstige Behandlung von HIV zu ermöglichen. Also es war so, die HIV-Medikamente, diese Dreierkombinationen, die gibt es so seit 1996. Da hat man das erstmal festgestellt, okay, wenn wir drei verschiedene Wirkstoffe kombinieren, dann funktioniert das wirklich gut. Und das funktioniert halt auch wirklich gut. Also das hat einerseits zur Folge, dass Menschen, die mit HIV leben, eben nicht mehr sterben und sogar sehr gesund leben können. Und eben sogar, wie wir inzwischen wissen, wenn sie unter der Nachweisgrenze sind, und das passiert eigentlich in den allermeisten Fällen, wenn man HIV behandeln lässt, dann auch nicht mehr infektiös sind. Da dachte man, hey, das ist ja toll, dass wir jetzt zumindest in den reichen Industrieländern damit schon mal viele Millionen Menschen mit HIV gut behandeln können. Wir können sie zwar leider noch nicht heilen. Das heißt, die Medikamente müssen ein Leben lang eingenommen werden. Aber eben mit Behandlung ist ein gutes, gesundes Leben möglich. Und dann dachte man sich so, wäre es jetzt nicht auch toll, wenn wir den circa 30 Millionen Menschen in Afrika, die mit HIV leben, auch diese Medikamente anbieten können, damit die nicht mehr sterben. Das war so um das Jahr 2000 herum. Naja, und dann sagte man erst, naja, wie soll denn das funktionieren? Bei den Preisen, das geht ja gar nicht. Und dann hat man sich halt mit den Originalherstellern geeinigt, dass man gesagt hat, pass auf Kinder, das geht so nicht. Wir können hier nicht sagen, ja, die Medikamente sind halt so teuer, wenn wir wissen, in der Herstellung sind sie gar nicht so teuer. Und dann gab es also den Deal zwischen den Originalherstellern und den Organisationen, die sich darum kümmern, dass eben auch Menschen im sogenannten globalen Süden, also in Afrika, in Asien, HIV-Behandlung erhalten können. Dass also die Originalhersteller die Lizenzen freigegeben haben an Generikahersteller, die dann eben diese Generika herstellen konnten, aber eben nicht in den reichen Industrieländern verkaufen dürfen, sondern eben nur für Länder im globalen Süden. Das heißt, diese Generika sind jetzt auch nicht irgendwie nachgemacht oder es ist nicht so, dass die Firmen da erstmal rausfinden mussten, wie macht man denn so ein Truvada, sondern die haben das sozusagen, die haben die Originalrezepte bekommen und die dann hergestellt. Dann war es vor ziemlich genau zwei Jahren, also im Oktober 2015, war es dann so, dass ein pfiffiger PrEP-Aktivist aus England irgendwie festgestellt hat, dass man diese Generika, die halt eigentlich nur so für den globalen Süden vorgesehen sind, im Internet in bestimmten Online-Apotheken kaufen kann. Und er hat auch festgestellt, dass das Zollrecht in England anders ist als in tatsächlich allen anderen Ländern der EU. In England ist es nämlich legal, dass man sich für den Eigenbedarf, und der wird definiert als Vorrat für drei Monate, also in diesem Fall dreimal 30 Tabletten, darf man sich Medikamente aus dem Ausland, selbst wenn sie in England nicht zugelassen sind, für den Eigenbedarf nach Hause liefern lassen, bestellen und liefern lassen. Und diese Information hat er dann auf einer Website publik gemacht, das ist www.iwantprepnow.co.uk. Da ging es also los im, ja, ziemlich genau im Oktober 2015, dass so die ersten schwulen Männer in England angefangen haben, sich eben diese deutlich günstigeren Generika aus Indien zu bestellen. Weil da lagen wir am Anfang so bei 50, 60 Euro für 30 Tabletten, also im Gegensatz zu den 820 Euro. Inzwischen liegen wir da so bei 30 Euro für 30 Tabletten. In Deutschland nehmen ja auch schon viele Menschen PrEP und auch schon seit ein paar Jahren, so die Early Adopter sozusagen. Die haben eben von dieser Website iwantprepnow mitbekommen und dann war schon mal klar, okay, man kann sich das wirklich völlig legal nach England bestellen. Und dann war halt noch die spannende Frage, wie kriegt man es dann von England nach Deutschland? Denn eben nach Deutschland kann man sich diese Auslandsgenerika wirklich definitiv nicht bestellen. Also das würde vom Zoll rausgefischt werden und dann muss man auch eine Strafgebühr zahlen und so. Also das geht nicht, weil eben in Deutschland ist der kommerzielle Versand von Medikamenten, die hier nicht zugelassen sind, ist illegal. Dann gab es also verschiedene Möglichkeiten. Man konnte halt nach England fliegen und sich die Medikamente dort abholen, wenn man sie also zu einem Freund geschickt hat. Und wenn man sie dann nämlich im eigenen Reisegepäck wieder mitbringt nach Deutschland, da gibt es im deutschen Arzneimittelrecht eine Ausnahme, nämlich auch wieder für den Eigenbedarf. Und das ist eben auch wieder definiert als Vorrat für drei Monate. Für den Eigenbedarf darf man auf Reisen Medikamente dabei haben, auch wenn sie in Deutschland nicht zugelassen sind. Und so war es also möglich, dass man sich eben Medikamente aus Indien nach England hat liefern lassen und die dann eben im Reisegepäck nach Deutschland mitbringen konnte. Das ist völlig legal, ist natürlich ein bisschen aufwendig. Ich habe halt tatsächlich das Glück, dass mein Freund Engländer ist und in Brighton wohnt und ich das dann auch tatsächlich so mache. Ich höre, dass dann einige Leute so einen kleinen Workaround gefunden haben. Es gibt Paketweiterleitungsdienstleister. Da kann man sich online ein Konto einrichten und bekommt damit eine Postfachadresse in zum Beispiel England. Das heißt, da kann man sich dann eben diese Medikamente aus Indien an diese Postfachadresse in England schicken lassen und dieser Paketweiterleitungsdienstleister schickt die Sachen dann von England weiter an eine deutsche Adresse. Das ist illegal, weil der kommerzielle Versand von Medikamenten, die in Deutschland nicht zugelassen sind, nach Deutschland ist illegal. Ich höre, dass anscheinend viele Leute das sehr erfolgreich sozusagen haben machen können, weil das ist in dem Moment dann ja nur noch ein Paket zwischen zwei EU-Ländern, zwischen England und Deutschland, was den deutschen Zoll anscheinend nicht so wahnsinnig interessiert. Genau, also das war der Weg, wie wir uns unsere PrEP so in den letzten paar Jahren organisiert haben und das funktioniert natürlich auch noch weiterhin. Aber jetzt gibt es seit zwei, drei Wochen etwas ganz Neues in Deutschland und zwar auch wirklich alles absolut legal und zwar PrEP für 50 Euro im Monat in deutschen Apotheken. In unserem Slang heißt es immer, das ist die 50 Euro Blister-Prep. Blister bezieht sich auf Blisterverpackungen. Da gibt es verschiedene Versionen von, also das, was wir alle kennen, sind diese Blisterstreifen. Das sind, wenn so, weiß ich nicht, zehn Tabletten auf so einem Plastikstreifen angelegt sind mit so einer kleinen Aluminiumfolie auf der Rückseite und dann kann man jede einzelne Tablette so rausdrücken. Also, ja, die allermeisten Medikamente sind so verpackt. Das heißt, dass man diese Tabletten verblistert. Diese Blisterprep, die es jetzt gibt, da sind die noch ein bisschen anders eingepackt. Also da kommen die alle in so einem ganz kleinen Plastikbeutelchen, die dann auf so einer Rolle aufgerollt sind in so einer großen Pappbox. Im Sommer, wie gesagt, ist das Patent von Truvada, dem Originalmedikament, in Deutschland gefallen und seitdem gibt es auch Generika auf dem deutschen Markt. Also in deutschen Apotheken haben dann eben verschiedene Anbieter das angeboten. Allerdings sind die bei weitem nicht so günstig wie die Generika, die aus Indien kommen. Wenn also ein Markenwirkstoff seinen Patentschutz verliert und die erste Generation von Generika auf den Markt kommt, sind die so in der Regel 20 Prozent billiger. Das heißt, da liegen wir im Moment auch. Also diese ganzen Generika, die es von Truvada jetzt in Apotheken gibt, liegen so bei 500 Euro für 30 Tabletten. Das ist für einen Selbstzahler natürlich immer noch unmachbar. Jetzt war immer die Frage, kriegt man das nicht irgendwie hin, das billiger zu machen? Das Problem war aber, dass man eigentlich mal davon ausgegangen war, dass man nach deutschem Arzneimittelrecht oder Wettbewerbsrecht, ich weiß gar nicht, welches Recht da genau greift, ist es eigentlich nicht möglich, dasselbe medizinische Produkt zu unterschiedlichen Preisen für unterschiedliche Anwendungsbereiche auszugeben. Also eigentlich hat man immer gesagt, nee, also ein Medikament ist ein Medikament. Und wofür der Patient oder der Mensch, der das nimmt, wofür er es dann nimmt, da kann man keine unterschiedlichen Preise machen. Und eben da eben auch diese Generika in Deutschland auch zur Behandlung von HIV eingesetzt werden können und auch werden, schien es also so, dass wir irgendwie nicht wirklich weiter als 500 Euro runterkommen. Und dann gab es jetzt also einen Apotheker in Köln, Erik ten Berken und den Namen erwähne ich auch wirklich gerne, weil er wurde jetzt auch gerade bei einer HIV-Tagung in Berlin mit einem Preis ausgezeichnet für das, was er da hingekriegt hat. Der hatte sich jetzt nämlich überlegt, Mensch, wie können wir das hinkriegen, dass wir PrEP in Deutschland einfach wirklich verfügbar machen? Denn er als Apotheker hatte da so ein bisschen Bedenken mit diesen indischen Generika, hatte gedacht, Mensch, wäre es nicht besser, wenn wir hier in Deutschland wirklich was haben, was wir den Leuten anbieten können. Und ihm war auch klar, okay, und dann müssen wir mit dem Preis auch günstiger sein als das, was so die Generika aus dem Ausland kosten. Und hat dann mit verschiedenen Herstellern Verhandlungen geführt und hat dann mit dem Hersteller Hexal, und das soll jetzt keine Werbung für Hexal sein, aber es ist halt das Hexal-Produkt, was da jetzt dabei rausgekommen ist, hat er mit denen also einen speziellen Deal gemacht, dass sie ihm also das Generikum, was sie auf dem deutschen Markt haben, zu bestimmten Bedingungen ganz besonders günstig anbieten. Und der Trick, warum das jetzt funktioniert, ist, dass dieser Apotheker in Köln hat nicht nur eine Apotheke, sondern er hat auch noch eine zweite Firma, wo so eine Blistermaschine steht. Also er kann halt in seiner Blisterfirma lose Tabletten nehmen und sie eben in diese Einzelverpackungen einschweißen. Und damit ist diese Blistermaschinenfirma sozusagen auch ein pharmazeutischer Hersteller. Und in dem Moment entsteht damit tatsächlich ein neues Produkt. Und dieses neue Produkt kann dann zu einem anderen Preis als das andere Produkt, wo die Tabletten sozusagen einfach in einer kleinen Flasche angeboten werden, verkauft werden. Dieser Apotheker, der wollte das einfach möglich machen. Er ist so, ich glaube, Mitte 50 und ist schwul und hat die schlimmen Jahre von Aids noch miterlebt. Also viele seiner Freunde sind damals gestorben. Und als PrEP dann eben so als Möglichkeit da war, hat er halt gesagt, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass Menschen, die von PrEP profitieren könnten, eben auch in Deutschland wirklich die Möglichkeit dazu haben. Und eben der Preis war bisher die größte Barriere. Und ja, hat halt mit Hexal einen Hersteller gefunden, die ihm eben das Medikament sozusagen, ja die Rohpillen zu einem sehr, sehr günstigen Preis anbieten. Und er dann eben mit seiner Verblisterungsfirma da kaum sozusagen Profit drauf schlägt. Also einen gewissen Prozentsatz muss er drauf schlagen, weil sonst wäre es unlauterer Wettbewerb. Und dann bietet er eben dieses von ihm nun umverpackte Produkt eben gewissen Apotheken an, ohne da jetzt groß Profit drauf zu schlagen, sodass da eben jetzt ein Preis bei rausgekommen ist, wo man 28 Tabletten für 50 Euro bekommen kann. Und warum jetzt nicht überall, sondern nur in irgendwie speziellen Apotheken? Also er ist in einem Verband, die heißen DAHK, Deutsche Arbeitsgemeinschaft HIV und Hepatitis kompetenter Apotheken. Das ist so ein Verbund von eigentlich sehr vielen Apotheken in Deutschland, die sich eben vor allen Dingen auf HIV und Hepatitis Medikamente auch spezialisiert haben. Das heißt, die kennen sich dann auch wirklich ganz besonders gut aus mit diesen Medikamenten. Und da müssen jetzt aber aus irgendwelchen rechtlichen Gründen jeweils sozusagen Einzelverträge gemacht werden, damit dann auch die ausreichend gute Beratung in den Apotheken gewährleistet ist. Und im Moment, also in diesem Moment, wo wir hier sprechen, im Oktober 2017, sind es zunächst acht Apotheken in sieben deutschen Städten. Und das soll jetzt aber ausgeweitet werden. Ich glaube, bis zum Jahresende sollen es schon 20 Apotheken sein. Und perspektivisch sind es 40 Apotheken. Den Link dafür, den schicke ich dir noch und dann kannst du den bestimmt irgendwo zur Verfügung stellen. Da gibt es so eine Liste mit den Apotheken, in denen das zurzeit möglich ist. Und das erweitert sich eben immer weiter. Was mich jetzt noch ein bisschen wundert ist, es gibt ja diese Verblisterung, die du ja schon erwähnt hast. Warum macht das nicht Hexal, also der Hersteller selbst? Warum sagt er nicht, okay, wir machen das jetzt günstiger und sagen, okay, jede Apotheker hat die Möglichkeit, das zu bekommen. Warum muss man erstmal diesen riesengroßen Umweg gehen? Spannende Frage. Weiß ich gar nicht. Okay. Also ich kann jetzt nur vermuten, dass es wahrscheinlich letztendlich an der Überzeugungsarbeit dieses Apothekers, lag, dass sich die Firma, die Originalherstellerfirma dann letztendlich darauf eingelassen hat. Tja, warum die nicht selber auf die Idee gekommen sind, weiß ich nicht. Es ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, also wenn man diese Blister-Prep haben möchte, muss man natürlich vorher zum Arzt, weil es müssen verschiedene Tests und so gemacht werden. Und auf dem Rezept muss dann auch wirklich ganz explizit draufstehen, sowas wie 28 Tabletten Tenofovir, Disoproxyl und M-Tricitabin, das sind die beiden Wirkstoffe, die da drin sind, verblistert als PrEP. Also die paar Stichwörter müssen da draufstehen, damit dann eben auch ganz klar ist, dafür kommt nur dieses Produkt in Frage. Und also insofern ist es auch sinnvoll, wenn man zu einem HIV-Schwerpunktarzt damit geht, weil der wird das dann wissen und kennt sich dann eben auch mit PrEP und auch mit dem Medikament gut aus und weiß dann eben, was gibt es da zu berücksichtigen, welche Tests müssen vorher gemacht werden, welche Wechselwirkungen könnten eventuell mit anderen Medikamenten, die man noch so nimmt, einhergehen. Also da ist es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, das in ärztlicher Begleitung zu machen. Da können wir ja gleich einhaken. Wie sieht das denn aus? Ich bin jetzt jemand, der ist jetzt schwul und möchte dann halt die PrEP haben. Was mache ich dann? Gehe ich dann einfach zu meinem Arzt, der sich jetzt da spezialisiert hat auf diese Thematik? Oder kann ich auch zu meinem Hausarzt gehen oder zu jedem x-beliebigen Arzt, der mich einfach behandelt? Daran basteln wir jetzt noch, wie eigentlich sozusagen der praktische Ablauf der PrEP am besten zu handhaben ist. Denn, also das Problem ist einfach nach wie vor, dass die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen. Das heißt, zum eigentlichen Medikamentenpreis kommen halt auch noch die Arztuntersuchungen hinzu, die man eigentlich selber zahlen muss. Also bevor man eine PrEP nimmt, müssen verschiedene Tests gemacht werden. Also man muss einerseits wirklich einen ganz aktuellen HIV-Test haben, denn das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man HIV-negativ ist, wenn man mit einer PrEP anfängt. Wenn man nämlich doch schon HIV hat, aber das noch gar nicht weiß, weil man sich schon eine ganze Weile nicht hat testen lassen, dann kann das nämlich wirklich richtig schief gehen, weil man dann eben sozusagen, ja dann nimmt man eben nur diese zwei Wirkstoffe, die in dem Medikament drin sind. Und das reicht nicht aus für eine Behandlung von HIV. Und dann können sich nämlich diese Resistenzen entwickeln. Das heißt, damit kann man sich dann tatsächlich so Therapieoptionen versauen, weil man dann eventuell eben sich dann eben das Virus, was man hat, so entwickelt, dass es resistent gegen dieses Medikament wird. Das heißt, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man HIV-negativ ist. Und nicht nur, dass man denkt, dass man HIV-negativ ist, bevor man mit PrEP anfängt. Ist es jetzt auch ein größeres Risiko, wenn jetzt zum Beispiel einer, der jetzt schon positiv ist, sich dann die PrEP holt und sich dann im Endeffekt, der wird ja dann mehr oder weniger immun dagegen und dann zum Beispiel jemanden ansteckt, dass sich dann dadurch das Virus dann auch nochmal verändert, kann das passieren? Also ein Mensch kann nicht resistent werden. Es kann immer nur ein Virus resistent werden. Das heißt eben, wenn man kein HIV hat, dann kann man eben zum Beispiel auch anfangen und wieder aufhören mit PrEP. Das ist dann wirklich überhaupt kein Problem. Schwierig wird es eben, wenn man doch schon das Virus hat. Da ist es dann eben so, wenn man dann nur Truvada oder eben diese Generika von Truvada nimmt, dann entwickeln sich diese Resistenzen. Und das könnten dann theoretisch auch Fälle sein, wo diese Resistenzen übertragen werden könnten. Aber eben nochmal, das passiert dann nur sehr, sehr selten, weil wenn ein Virus resistent geworden ist, ist es auch nicht mehr so fit, sagt man da im Fachjargon. Das heißt, resistente Viren werden auch noch deutlich schwerer übertragen als nicht resistente Viren. Machen wir einen kurzen Ausflug zu den möglichen Nebenwirkungen. Was bei vielen Leuten auftritt, ist so einfach in den ersten paar Tagen, wenn man gerade angefangen hat, das Medikament zu nehmen, so ein bisschen Magen-Darm-Gedöns. Also ein bisschen Magen-Grummeln, Magenschmerzen, Durchfall, Blähungen. Das haben nicht alle, aber schon so ein paar. Das geht in der Regel nach ein, zwei Tagen, spätestens nach ein, zwei Wochen weg. Das ist einfach so die Eingewöhnungsphase, bis sich der Körper an dieses Medikament gewöhnt hat. Also bei mir war es so, ich hatte an den ersten zwei Tagen ein bisschen Blähungen und das war's. Die Nebenwirkungen, auf die man schon achten sollte, das Medikament kann sich auf die Nierenfunktion auswirken und auf die Knochendichte. Allerdings muss man auch gleich dazu sagen, also in den PrEP-Studien traten diese Beeinträchtigung von Nierenfunktion oder Knochendichte bei circa zwei bis drei Prozent der Studienteilnehmer auf. Das heißt also schon mal, der aller, allergrößte Teil hatte überhaupt keine Probleme, weder mit Nieren noch mit Knochen. Bei denen, die was hatten, da war es jetzt auch nicht so, dass es irgendwie zu Nierenversagen oder Knochenbrüchen gekommen ist, sondern was die Nieren angeht, da werden die Werte dann halt so langsam so ein bisschen schlechter und deshalb ist es aber eben ganz wichtig, dass man, wenn man PrEP nimmt, seine Nierenfunktion regelmäßig überprüfen lässt. Im Moment sind die Empfehlungen so, dass man das alle drei Monate überprüfen lassen sollte und dann kann man schon relativ frühzeitig sehen, also wenn dann beim nächsten Mal sieht man, aha, okay, die Werte sind jetzt schon nicht mehr so gut wie beim letzten Mal. Wenn es dann beim nächsten Mal noch weiter zurückgegangen ist, dann könnte man eben sagen, pass mal auf, dann setzt das Medikament jetzt erstmal ab und dann gucken wir mal, wie es deinen Nieren so geht. Und man hat eben in den PrEP-Studien auch festgestellt, dass sich die Nieren dann in der Regel auch wirklich wieder erholt haben und viele der Leute dann auch wieder anfangen konnten, PrEP zu nehmen. Was die Knochendichte angeht, ist es auch so, eben auch nur so bei circa zwei bis drei Prozent der Menschen in PrEP-Studien hat sich überhaupt was an der Knochendichte verändert und da auch nur, also da ist die Knochendichte so in den ersten sechs Monaten so um ein Prozent zurückgegangen. Das ist halt ein Messwert, weil man darauf halt geachtet hat, weil man wusste, dass einer der Wirkstoffe, die da drin sind, kann sich eben auf Knochendichte auswirken und deshalb hat man das untersucht. Aber es hat sozusagen keine klinische Relevanz. Also es ist eigentlich egal, ob ein Knochen ein Prozent mehr oder weniger dicht ist und auch da hat man festgestellt, wenn man das Medikament wieder absetzt, erholt sich die Knochendichte auch. In der Praxis von PrEP wird die Knochendichte auch in der Regel gar nicht mitgemessen, weil man einfach sagt, selbst wenn sich deine Knochendichte um ein Prozent verändert, ja, es macht nichts. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, deren Knochen eh ein bisschen weniger dicht sind als die von anderen. Es ist was anderes, wenn man selber schon eine medizinische Geschichte mit Knochendichte hat. Also wenn man zum Beispiel leicht zu Knochenbrüchen neigt oder Osteoporose hatte oder in der Familie irgendwie was in der Richtung war. Gegebenenfalls auch für noch sehr junge Menschen, die sich noch im Wachstum befinden. Also ich glaube bis Anfang 20 wächst man ja wohl noch. Also da wäre es dann was anderes. Da ist es dann eben auch wieder ganz wichtig, das mit dem Arzt zu besprechen, dass der dann eben gucken kann, welche regelmäßigen Untersuchungen da gemacht werden müssen. So, das heißt eben, das, was so an Begleitung beim Arzt gemacht wird, müssten halt die HIV-Tests sein, die regelmäßigen Nierentests. Für die Nieren ist es zum Beispiel auch gut, wenn man einmal einen Wert hat, bevor man mit PrEP angefangen hat. Dass man also sozusagen einmal so einen Basiswert hat, dass man mal sieht, wie geht es denn deinen Nieren so ganz allgemein. Weil wer lässt sich schon regelmäßig auf seine Nierenfunktion hin prüfen. Und vielleicht stellt man da fest, du, hey, bevor du jetzt mit PrEP anfängst, ich glaube, wir müssen erst mal gucken, was mit deinen Nieren ist, weil die Werte sind gar nicht so gut. Und dann ist natürlich auch noch wirklich sehr zu empfehlen, und das ist eigentlich auch in den Richtlinien so vorgesehen, dass man sich bei der Gelegenheit dann eben auch einmal gleich komplett auf alle möglichen anderen sexuell übertragbaren Infektionen durchchecken lässt. So Hepatitis A, B, C, Tripper, Chlamydien, Syphilis. So, dass das eben alles gleich mitgemacht wird. Da ist halt nur das Problem, wenn man all diese Tests wirklich beim Arzt machen lässt, da kommt dann doch auch schon eine Menge Geld beisammen. Also je nachdem, wie der Arzt das so abrechnet, können das irgendwie auch so ein paar hundert Euro werden. Und deshalb, was so die meisten PrEP-Benutzer jetzt machen, dass sie das also so ein bisschen aufsplitten und gucken, wo kann ich die Tests gegebenenfalls günstig bekommen. Und das ist eben so in den Community-basierten Testprojekten, die es ja in vielen Städten gibt. Also wo man als schwuler Mann hingehen kann und sich auf HIV und eventuell auch auf andere STIs, also sexuell übertragbare Infektionen, testen lassen kann. Weil da ist es oft eventuell umsonst oder kostet halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro oder so. Und dass man beim Arzt dann tatsächlich nur die Tests machen lässt, die eben in dem Community-basierten Testprojekt nicht gemacht werden können. Also das ist in der Regel die Nierenfunktion. Das macht dann halt der Arzt. Da ist dann noch das Problem, der Arzt muss ja, bevor er ein Rezept ausstellen kann, muss sich ja versichert haben, dass man HIV-negativ ist. Das ist seine Pflicht. Wenn man dann jetzt aber seinen HIV-Test bei so einem Community-Testprojekt hat machen lassen, sind die Testergebnisse dort oft anonym. Was ja auch eigentlich gut so ist. Aber eben dann ist es immer ein bisschen schwierig, dem Arzt zu sagen, ja, ich wurde gerade negativ getestet. Aber ich kann es eigentlich gar nicht beweisen. Da gibt es zum Beispiel hier in Hamburg, wo ich bin, haben wir dieses Projekt Hein und Fiete. Und da gibt es jetzt eine ganz tolle Zusammenarbeit von Hein und Fiete, der Hamburger Aids-Hilfe und den HIV-Schwerpunktpraxen in der Stadt. Da gibt es so ein kleines, das heißt der Prep-Check, das ist so ein kleines Heftchen, so ein Büchlein, so ähnlich wie ein Impfpass, wo dann also jeweils Hein und Fiete können dort eintragen, welche Tests dort gemacht wurden. Also da kann man sich auf HIV und eben andere STIs testen lassen. Und der Arzt wiederum kann eintragen, wann wurde die letzte Nieren-Funktionstest und so gemacht. Und damit lässt sich das sozusagen, ja, diese Brücke schlagen, dass da der Informationsaustausch stattfindet, damit man dann eben nicht, wenn man dann beim Arzt ist und das Rezept haben möchte, dass der dann sagt, jetzt muss ich dich aber nochmal auf HIV testen. Das kostet jetzt nochmal 40 Euro oder so. Ich weiß gar nicht, was so ein Test kostet, weil ich lasse mich immer umsonst bei Hein und Fiete testen. Also da merkst du aber schon, also als PrEP-Benutzer ist man im Moment immer noch durchaus so ein bisschen im Stich gelassen vom Gesundheitssystem. Wir müssen uns das alles irgendwie ziemlich selbst zusammenfrickeln. Also auch so die ganzen Informationen über PrEP, wie geht das eigentlich alles, was muss man eigentlich alles machen? Und es wird langsam so ein bisschen besser, was die Informationsversorgung angeht. Aber eben spätestens, wenn man es machen will, es ist alles machbar und machen auch viele, aber es könnte tatsächlich irgendwie echt noch besser laufen. Also ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann wirklich nur noch zu einer Adresse gehe und da alle Tests machen lassen kann und dort auch das Haus mit einem Rezept verlasse, was ich dann eben bei einer Apotheke einlösen kann. Und also wenn es nach mir geht, könnten das auch gerne eben die Community-basierten Testprojekte sein, dass ich eben dahin gehen kann, wo ich mich halt eh schon seit Jahren auf HIV testen lasse. Da fühle ich mich irgendwie wohl, da weiß ich, das sind irgendwie schwule Männer und da muss ich mich nicht großartig erklären, warum ich das hier eigentlich alles mache. Und ja, da müssten wir halt es irgendwie noch hinkriegen, dass dort eben dann auch die Nierenfunktionstests gemacht werden können und dass dort sozusagen die Kompetenz im Hause ist, dass da ein Arzt ist, der auch Rezepte ausstellen kann. Sowas in der Richtung gibt es schon in Bochum. Da gibt es das WIR, das Walk in Ruhe. Das ist so ein Zentrum für sexuelle Gesundheit, wo verschiedene Projekte unter einem Dach sitzen, sodass man da, also da hat man schon eine ganz gute Adresse. Da kann man hingehen, sich testen lassen und soweit ich weiß, sind dann da auch Ärzte, die eben dieses Rezept ausstellen können. Aber eben, ja, solche Projekte bräuchten wir mehr, damit PrEP eben auch wirklich einfacher wird. Um es nochmal zu verstehen, also das kann nicht jeder Arzt so ein Rezept ausstellen? Seit es jetzt diese Blister-PREP gibt, eben erst seit ein paar Wochen, ich glaube, da streiten sich die Gelehrten gerade noch so ein bisschen. Also generell ist es natürlich so, dass jeder Arzt ein Rezept ausstellen kann. Wie das halt jetzt mit diesem Blister-PREP-Rezept ist, das ist jetzt, glaube ich, gerade noch so ein bisschen die spannende Frage. Kann das eigentlich auch zum Beispiel irgendein Hausarzt ausstellen? Auf der einen Seite würde ich sagen, ist man eigentlich wirklich auch besser aufgehoben, wenn man zu einem HIV-Schwerpunktarzt geht, weil der eben, der kennt das Medikament. Das heißt, der weiß, auf welche Sachen sind da zu achten. Ein Hausarzt oder ein Arzt, der jetzt mit HIV gar nichts zu tun hat, der müsste sich da eben erst mal schlau machen. Was gibt es denn bei diesem Medikament zu berücksichtigen? Auf der anderen Seite stellen wir jetzt aber auch immer mehr fest, es ist manchmal gar nicht so einfach, einen HIV-Arzt zu finden, der einen auch bei der PrEP begleiten möchte. Also wir haben das schon mehrere Male von PrEP-Benutzern gehört, die in ihrer Stadt zu einem HIV-Schwerpunktarzt gegangen sind und da wurde dann gesagt, nee, machen wir nicht. Okay. Ob das jetzt aus moralischen Gründen ist, weil der Arzt PrEP irgendwie nicht gut findet oder ob die Praxen eventuell dann irgendwann auch überlastet sind mit dem Ansturm der PrEP-Benutzer, der jetzt so langsam aber sicher kommt, das müssen wir mal gucken. Und das ist jetzt also sozusagen der nächste Schritt, dass wir überlegen, okay, jetzt mit dieser 50-Euro-PrEP ist PrEP in Deutschland zumindest schon mal für sehr viele Leute sehr viel realistischer geworden. Aber ja, wie schaffen wir jetzt die Strukturen drumherum, dass das eben auch wirklich alles reibungslos möglich ist? Und ich sage ganz bewusst, es ist für viele jetzt möglich geworden, aber eben, ich finde, 50 Euro ist halt immer noch zu teuer für einige Leute. Also ein Hartz-IV-Empfänger kann nicht 50 Euro für PrEP im Monat ausgeben. Da müssen wir also irgendwie noch billiger werden. Und eben die Generika, die man sich nach wie vor auch aus Indien bestellen kann, da landen wir schon mal bei nur 30 Euro inklusive Versandkosten. So, also ja, da gibt es noch einiges zu tun. Lass uns noch mal kurz so einen Überblick schaffen. Also wenn ich jetzt PrEP haben möchte und ich gehe jetzt zu einem Arzt, jetzt am besten einen Schwerpunktarzt, der sich damit auch auskennt, der wird dann halt sagen, okay, ich mache jetzt mal so einen Nierenfunktionstest, so Knochendichte, nochmal HIV etc. PP-Test, um abzuchecken, wie ist der aktuelle Stand. Dann bekommt man die PrEP verschrieben, wenn alles gut läuft, zahlt dann im Endeffekt die 50 Euro im Monat. Zusätzlich muss man natürlich dann auch noch bedenken, dass die ganzen Arztkosten dann ja auch drauf kommen, weil die jetzt momentan auch noch nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Und dann muss ich damit jetzt rechnen, dass ich jetzt alle drei Monate jedes Mal zum Arzt muss, um mir diese Tabletten dann halt verschreiben zu lassen. Oder wie würde das dann funktionieren jetzt im Augenblick? Genau, das wäre dann so, dass man, also jetzt gerade ganz am Anfang ist es so, dass man tatsächlich wohl immer nur ein Rezept für 28 Tabletten, also für eine so eine Blisterpackung bekommt. Das liegt im Moment noch daran, dass auch der Hersteller der Tabletten jetzt sozusagen erstmal die Produktion ankurbeln muss, damit überhaupt genügend Tabletten für diese Blisterprep in Deutschland vorrätig sind. Ich hoffe sehr, dass es dann irgendwann dahin geht, dass man dann jeweils ein Rezept für dreimal 28, also für ungefähr drei Monate bekommt. Also dann würde es sozusagen auch alles Sinn machen. Dann hätte man also Vorrat für drei Monate, wenn man es täglich nimmt. Wenn der dann aufgebraucht ist oder möglichst vorher, sollte man dann eben wieder zum Arzt gehen. Und da sollten dann eben auch wieder die Tests gemacht werden. Also einfach nochmal gucken, ist man wirklich immer noch HIV-negativ, Nierenfunktionen? Und eben vor allen Dingen auch die Tests auf die ganzen anderen STIs. An PrEP ist natürlich einmal toll, dass man damit halt wirklich ziemlich sehr, sehr gut vor HIV geschützt ist. Und wir sehen auch zum Beispiel in England, da gehen also seit Oktober 2015, gehen die Zahl der HIV-Neudiagnosen wirklich ganz deutlich runter. Also jetzt in den letzten zwei Jahren haben sie an einer der Sexual Health Kliniken in London, an der 5016 Street. Das ist also so ein Ort, wo man hingeht und alles komplett bekommt. Da ist die Struktur in England schon mal sehr viel besser. Dort sind also die Zahl der Neudiagnosen bei schwulen Männern, die dort vor allen Dingen hingehen, in den letzten zwei Jahren um 80 Prozent zurückgegangen. Das ist viel. Also vor PrEP hatten die irgendwie so, was sagten sie, so 50, 60, 70 HIV-positive Testergebnisse pro Monat, die sie den Leuten, die sich dort testen lassen, mitteilen mussten. Diesen Monat sind sie auf elf runter, glaube ich, vor allem jetzt gerade die ganz aktuellen Zahlen. Da passiert wirklich was. Also PrEP schützt nicht nur den einzelnen Menschen, sondern mit PrEP können wir, wenn wir es vernünftig einführen, wirklich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren einen Rückgang der HIV-Infektionen herbeiführen. Aber es wird ja oft gesagt, ja, aber PrEP schützt ja nur vor HIV. Was ist denn mit den anderen STIs? Wenn jetzt alle anfangen, ohne Kondome zu vögeln, dann steigen die Zahl der anderen STIs. Dazu muss man halt sagen, Kondome schützen vor HIV wirklich sehr, sehr gut. Das hängt halt damit zusammen, wie HIV übertragen wird und dass eben so eine physikalische Latex-Barriere zwischen Schwanz und Arsch dafür wirklich sehr, sehr gut geeignet ist. In Bezug auf die anderen STIs schützen Kondome zwar auch ein bisschen, aber bei weitem nicht so gut, wie sie vor HIV schützen. Denn also viele der anderen STIs sind Schmier-Infektionen, die man schon alleine mit dem Finger übertragen kann. Also selbst wenn du mit Gummi fixt, dann weiß ich nicht, nimmst du ja vielleicht mal, also du so als der Aktive, nimmst dann mal deinen Finger und fingerst dann schon mal so ein bisschen vor bei dem Passiven. So, damit hattest du aber schon mal deinen Finger in seinem Arsch. Jetzt nimmst du das Kondom, ziehst es über deinen Schwanz, aber eben diese Bakterien, die jetzt eventuell an deinem Finger sind, sind dann irgendwie schon gut an deinem Schwanz und dann auf dem Kondom. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, dass Kondome in der Vergangenheit auch wirklich immer als viel zu effektiv dargestellt wurden in Bezug auf die anderen STIs. Das heißt immer, Kondome schützen, ja, vor HIV schützen Kondome echt gut, wenn sie verwendet werden. Und vor den anderen STIs, klar, können sie das Risiko ein bisschen reduzieren, aber, also ich sage immer so, also jemand, der tatsächlich immer Kondome verwendet und deshalb denkt, ach, ich muss mich ja nie auf irgendwelche anderen STIs testen lassen, weil Kondome schützen ja, das ist halt auch nicht so gut. Und damit komme ich jetzt nämlich dazu, also wenn wir es mit der PrEP wirklich hinkriegen, dass das, was eigentlich so in den ganzen internationalen Richtlinien dazu vorgesehen ist, nämlich, dass sich die Leute auch dann alle drei Monate, wenn sie gerade wieder beim Arzt sind, eben auch einmal komplett auf die anderen STIs durchchecken lassen und eben auch wirklich mit guten und den richtigen Tests, also und zwar nicht nur Blutabnahme, sondern eben auch mit Abstrichen im Arsch, mit Urinanalyse, mit Abstrichen im Rachen, also einfach die Körperöffnungen, mit denen schwule Männer einfach Sex haben. Dann könnten wir mit PrEP, also nicht mit dem Medikament PrEP, aber mit der Maßnahme PrEP dazu kommen, dass mittelfristig auch die Zahl der anderen STIs zurückgeht. Denn es ist zwar so, die Zahl der diagnostizierten STIs, auch bei PrEP-Usern, ist recht hoch, aber eben, ich sage ganz bewusst, der diagnostizierten STIs. Denn PrEP-Benutzer lassen sich regelmäßig testen und wenn du testest, findest du auch was. Ganz viele Leute, die jetzt zum Beispiel keine PrEP nehmen, haben sich eventuell schon ganz lange nicht mehr auf andere STIs testen lassen. Das heißt, die könnten einen Tripper haben, ohne das überhaupt zu wissen, weil viele der anderen STIs sind oft auch symptomlos, aber man kann andere Leute anstecken. So, das heißt aber eben, wenn wir es mit PrEP hinkriegen, dass gerade Leute, die viel Sex haben oder auch viel Sex mit vielen verschiedenen Partnern haben, dass sich die regelmäßig durchchecken lassen, dann ist es eben so, wenn dann mal ein Tripper diagnostiziert wird, der kann in der Regel gut behandelt werden. Und dann verkürzt sich der Zeitraum, in dem man selber infektiös ist. Und wenn ich erstmal weiß, dass ich einen Tripper habe, dann bin ich ja vielleicht auch Gentleman genug und halte mich mal zwei Wochen zurück, bis ich eben nicht mehr infektiös bin. Das heißt, so könnten wir wirklich auch Infektionsketten durchbrechen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich die sinnvollste Strategie, was die anderen STIs angeht. Eben weil, wer Sex hat, kriegt auch mal eine STI. Und da ist wirklich eine ganz klare Regel, je mehr Sex du hast, mit je mehr verschiedenen Partnern du Sex hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mal eine STI bekommst. Aber eben, die meisten der anderen STIs sind in der Regel gut behandelbar und eben auch heilbar. HIV ist halt die einzige STI, die nicht heilbar ist. Aber insofern kann ich mir vorstellen, wenn wir PrEP wirklich vernünftig einführen und diese Tests eben auch gewährleistet sind und nicht auch noch wieder Extrakosten verursachen für den PrEP-Benutzer, dass wir damit endlich auch was gegen die anderen STIs tun können. Ja, vor allem, wenn jetzt tatsächlich so dieser Rhythmus kommt und dann das Ganze auch von den Krankenkassen übernommen wird, dann ist es günstiger, als wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt die PrEP, die ich mir jetzt aus Indien verschifft habe und dann nach England und dann etc. pp, dann mache ich die Tests ja nicht. Dann nehme ich einfach nur die PrEP oder aus irgendwelchen anderen Quellen und dann habe ich mir keine Tests vorher machen lassen und habe dann eventuell das Risiko, dass ich trotzdem noch andere Ansteckungskrankheiten weitertrage. Wenn wir wirklich die vollen und ganzen Vorteile einer PrEP ausnutzen wollen und jetzt eben auch wirklich aus Public-Health-Sicht, dann muss irgendjemand anders als der PrEP-Benutzer die Kosten dafür übernehmen, damit eben die Hürde so niedrig wie möglich ist, damit möglichst alle, die von PrEP profitieren könnten, auch wirklich in der Lage sind, PrEP zu nehmen. Dafür muss man natürlich auch das Stigma, das dahinter stecken kann, dass es eventuell halt nur Männer machen, die halt unterschiedlich viel Sex mit unterschiedlichen Personen haben. Ja, also das passiert zurzeit durchaus, dass eben PrEP-Benutzer gerne mal irgendwie als verantwortungslose Baerbeck-Schlampen irgendwie angegiftet werden, online gerade. Ich sehe das anders. Also ich denke, dass jemand, der PrEP nimmt, wirklich sehr verantwortungsvoll sowohl mit seiner eigenen Gesundheit umgeht, als auch tatsächlich mit der Gesundheit von anderen. Denn also wir können einfach sagen, wer PrEP wie vorgeschrieben einnimmt, kriegt schon mal ziemlich sicher kein HIV. Und das bedeutet, er kann auch kein HIV weitergeben, weil wenn ich kein HIV habe, kann er auch kein HIV weitergeben. Und vor allen Dingen als PrEP-Benutzer habe ich mich ja schon mal sehr intensiv mit mir und meinem Sexualverhalten und meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt, habe mich über PrEP schlau gemacht, nehme diesen ganzen Aufwand in Kauf, um PrEP auch wirklich nehmen zu können. Also ich finde, PrEP ist wirklich eine sehr verantwortungsbewusste Entscheidung. Wer kann denn PrEP eigentlich nehmen? Kann das jetzt jede Frau, jeder Mann, jeder Transmensch nehmen? Also generell, also PrEP funktioniert in allen Körpern. Also Männer, Frauen, Transmänner, Transfrauen, unabhängig vom Stadium ihrer Transition, können PrEP nehmen für, um jetzt mal transinklusiv zu sprechen, für Menschen mit Vaginas. Das heißt, das können Cisgender-Frauen oder eben Transgender-Männer sein. Also für Menschen mit Vaginas muss PrEP noch ein bisschen anders eingenommen werden, als für Menschen, die sozusagen nur Analverkehr haben und kein Vaginalverkehr. Das liegt daran, dass sich die Wirkstoffe in der Analschleimhaut besser sozusagen etablieren, als in der Vaginalschleimhaut. Also das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Für Menschen, die Sex mit ihrer Vagina haben, wird empfohlen, es tatsächlich täglich zu nehmen und möglichst auch keine Dosis zu verpassen. Und auch die Aufladezeit, also wie viele Tage, bevor man dann Sex hat, sollte man anfangen, PrEP zu nehmen. Das wäre für Vaginalsex mindestens sieben Tage. Und die spannende Frage, wie lange nach dem letzten Sex, das ist auch noch nicht so ganz geklärt, die konservative Einschätzung ist 20 Tage, die etwas liberalere Einschätzung wäre sieben Tage. Wenn man als schwuler Mann nur Analverkehr hat, dann gibt es als Alternative zu dieser täglichen Einnahme auch noch die sogenannte anlassbezogene Einnahme. Das ist also die Überlegung, wenn man jetzt gar nicht so viel Sex hat und seinen Sex ganz gut vorausplanen kann, dass man dann eigentlich nicht jeden Tag so eine Tablette nehmen muss und wochenlang gar keinen Sex hatte, sondern dass man nur Tabletten um den Zeitpunkt des eigentlichen Sexes herum einnimmt. Das wurde in der sogenannten Ipergay-Studie untersucht. Und da ist das Einnahmeschema, das ist ein bisschen komplizierter, aber durchaus merkbar. Wenn man vorhat, Sex zu haben, nimmt man zwei bis 24 Stunden vorher zwei Tabletten ein. Also man startet mit so einer Doppeldosis, um da so einen guten Umf, so einen Boost zu geben. Und wenn man dann zum Beispiel gar keinen Sex hatte, weil das Date abgesagt hat, dann muss man natürlich auch keine weiteren Tabletten nehmen. Wenn man dann Sex hatte, dann nimmt man nochmal eine Tablette nach dem Sex und zwar 24 Stunden nach der ersten Einnahme. Also man fängt mit der Doppeldosis an, dann hatte man Sex, dann nimmt man 24 Stunden nach der ersten Einnahme nochmal eine Tablette und nochmal 24 Stunden später eine vierte Tablette. Dass man also mit vier Tabletten einmal Sex haben oder einen Tag lang Sex haben abdeckt. Und wenn man gleich am nächsten Tag wieder Sex hatte, dann geht das also sozusagen immer noch weiter. Man nimmt immer täglich im 24-Stunden-Rhythmus dann eine Tablette, solange, dass man nach dem letzten Sex noch zwei Tabletten genommen hat. Das ist das ein anlassbezogene Einnahmeschema. Und da zeigt diese Studie, die IPAG-Studie, dass das auch funktioniert, wenn es nur um Analverkehr geht. Okay. Ist das ein Problem, wenn man PrEP nimmt und dann auch noch nebenbei noch Drogen konsumiert? Oder ist das alles egal eigentlich? Es gibt keine medizinischen Wechselwirkungen zwischen den gängigen Party- und Chemsex-Drogen und PrEP. Und in den PrEP-Studien gab es also auch immer einen recht hohen Anteil an schwulen Männern, die auch Chemsex gemacht haben. Und da sich in diesen Studien keiner angesteckt hat, der überhaupt PrEP genommen hat, können wir wohl vermuten, dass der Drogengebrauch auch nicht dazu führt, dass die PrEP sozusagen zu unregelmäßig eingenommen wird. Also insofern, also da gibt es keine Bedenken. Es gibt ein paar Medikamente, wo es tatsächlich Wechselwirkungen geben kann. Und das ist dann eben auch ganz wichtig mit dem Arzt zu besprechen. Immer wenn Medikamente, also andere Medikamente, die man nimmt, ebenfalls über die Nieren abgebaut werden. Und das ist zum Beispiel so bei einigen Schmerzmitteln so. Zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen. Das sollte man dann mit dem Arzt besprechen, was da in welchen Dosierungen dann am besten geeignet ist. Was glaubst du, wie lange wird das noch dauern, so geführt, bis tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, PrEP legal zu erwerben und vielleicht auch noch von der Krankenkasse irgendwie was bezuscht zu bekommen? Ja, das mit den Krankenkassen, das kann ich wirklich ganz schwer einschätzen, weil die sträuben sich natürlich. Wobei es also durchaus schon so ist, also wenn sie es machen würden, würden sie Geld sparen. Es gibt inzwischen schon Kosteneffektivitätsanalysen, die ganz klar zeigen, also gerade bei einer PrEP, die nur noch 50 Euro im Monat kostet, spart das Gesundheitswesen wirklich, wenn das eingeführt und die Kosten übernommen werden würden. Und da muss man auch gar nicht mehr drüber reden, finden wir PrEP eigentlich gut, finden wir das jetzt moralisch verwerflich, es spart unserem Gesundheitssystem schlicht und einfach Geld, wenn die Kosten übernommen werden würden. Ob sie das nun tun, weiß ich nicht, weil dann ist natürlich, dann werden wahrscheinlich auch Patientenvertreter von anderen Krankheiten, was jetzt gar nichts mit HIV zu tun hat, eventuell auch kommen und sagen, hey, dann wollen wir aber unsere Präventionsmaßnahmen auch bezahlt bekommen. Das Problem im deutschen Gesundheitssystem ist einfach, dass Prävention als Privatsache eingestuft wird. Die Krankenkassen haben keinen Präventionsauftrag, die haben den Auftrag zu bezahlen, wenn man krank ist. Aber eben Vorsorge wird immer gesagt, das ist Privatvergnügen. Und eben da ist halt der Punkt, wo ich einfach auch sage, also Entschuldigung, wenn wir als schwule Männer das jetzt irgendwie eventuell dann in den nächsten paar Jahren hinkriegen, die Zahl der HIV-Neuinfektionen wirklich dramatisch runterzuregeln und eventuell langsam dem Ende einer der ganz großen Epidemien der Menschheitsgeschichte näher zu kommen. Das sollen wir alles auf eigene Kosten finanzieren? Nee, das sehe ich nicht ein. Also insofern müssen wir einfach dranbleiben und weiterhin lautstark kundtun, dass wir eine bezahlte Präpp wollen. Stehen wir jetzt vor so einer Art neuen sexuellen Revolution? Ich kann mir das vorstellen, ja. Also es ist ja auch nicht nur Präpp in Bezug auf HIV und schwule Männer. Also wenn wir sagen, Präpp ist Safer Sex und das Kondom war sozusagen Safer Sex 1.0. Wir haben so in der öffentlichen Kommunikation das 2.0 Update leider so ein bisschen verschlafen oder nicht wirklich kommuniziert. Denn Safer Sex 2.0 war schon Schutz durch Therapie. Also die Tatsache, dass Menschen, die HIV haben und deren Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, eben nicht mehr infektiös sind. Eben auch das ist Safer Sex. Aber eben das ist ein Safer Sex, über den der HIV-Positive die Kontrolle hat. Und jetzt haben wir mit Präpp eben sozusagen Safer Sex 3.0, mit dem jetzt auch HIV-Negative die Kontrolle über eine Safer Sex-Möglichkeit haben, die halt nicht auf Kondomen basiert. Und Kondome haben sich halt jetzt wirklich als Präventionsstandard bei schwulen Männern etabliert in den letzten 30 Jahren. Und das ist ja auch nur gut so. Denn viele, viele Jahre hatten wir nichts anderes. Und da können wir wirklich stolz auf uns sein, dass wir das so als schwule Community so hinbekommen haben, uns so gut vor HIV zu schützen, dass wir diesen Standard des Kondoms so etabliert haben. Und eben auch zumindest oft das auch wirklich durchgehalten haben. Dadurch, dass wir jetzt aber mit Schutz durch Therapie und Präpp, also mit biomedizinischen Präventionsmöglichkeiten, einfach Optionen haben, wie man Safer Sex auch ohne Kondom haben kann. Ich ahne, dass Sex ohne Kondom das ist, was viele Menschen eigentlich gerne hätten. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, nö, wunderbar, mit Kondomen komme ich gut klar. Und das ist dann ja auch wunderbar. Aber ich merke das schon, kondomloser Sex für mich ist schon einfach deutlich geiler. Und vor allen Dingen eben jetzt, wo ich Präpp nehme, kann ich den eben auch wirklich haben, ohne Angst dabei zu haben, HIV zu bekommen. Oder irgendwie ein Schuldgefühl dabei zu haben, weil ich einfach weiß, ich praktiziere hier Safer Sex halt auf eine neue Art und Weise. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass ich mittelfristig diese biomedizinischen Präventionsoptionen vielleicht sogar mehr durchsetzen als das Kondom. Das soll ja nicht heißen, dass das Präpp, das Kondom ersetzen soll. Also das Kondom, denke ich, wird immer noch eine Daseinsberechtigung haben, aber vielleicht nicht mehr so als der Standard. Das kann ich mir so vorstellen. Ja, das klingt zumindest schon mal positiv. Also dass man jetzt mehrere Optionen hat und man sich dann auch besser fallen lassen kann. Nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, okay, jetzt nehme ich ein Kondom und dann auch die unendlich vielen Gespräche. Es gibt ja viele Menschen, die dann auch gar keine Kondome nutzen wollen aus unterschiedlichen Beweggründen. Und da hat man dann halt zumindest noch mal eine zusätzliche Sicherheit mit diesen Präpp-Möglichkeiten. Wenn man sich jetzt noch mal über Präpp informieren möchte und das Ganze noch mal nachlesen möchte, gibt es da irgendwelche Anlaufstellen, die du empfehlen könntest? Also ich mag immer wirklich sehr gerne die Website www.präpp.jetzt empfehlen. Also die .jetzt ist eine von diesen neuen Top-Level-Domains. Das ist eine Website, die von Präpp-Benutzern für Präpp-Benutzer erstellt wurde. Das heißt, da gibt es also noch mal wirklich umfangreich alle Infos. Was muss man wissen zu Präpp? Wir haben dort zum Beispiel auch eine Liste mit Ärzten. Und zwar kommen auf diese Liste nur Ärzte rauf, von denen andere Präpp-Benutzer berichtet haben, dass sie dort gute Erfahrungen in der Begleitung von Präpp bekommen haben. Das kann man da also gucken. Sonst gibt es auch noch die Website Love Lasers. Ich würde sagen, die packst du alle irgendwie als Links in die zusätzlichen Informationen zu dem Podcast. Dann gibt es natürlich auch noch die Seiten von Ich-Weiß-Was-Ich-Tue von IWIT. Das ist die schwule Präventionskampagne der Deutschen Aids-Hilfe. Ich mache jetzt einfach mal Werbung für einen meiner Filme. Ich verdiene ja nichts damit, weil der ist kostenlos online verfügbar. Und zwar heißt der Präpp-17. Und da bin ich im Januar 2017 nach London geflogen und habe da einfach mal geguckt. So, wir hatten jetzt hier so ungefähr zwei Jahre lang schon Präpp-Gebrauch in England. Wie sieht es denn jetzt konkret aus mit Präpp in England in 2017? Und habe mich mit Präpp-Benutzern unterhalten, habe mich mit Aktivisten unterhalten, mit Ärzten, um also zu gucken, wie ist der Status Quo? Was konnte Präpp dort inzwischen schon bewirken? Und eben einfach auch mal so von anderen Präpp-Benutzern zu erfahren, was sind so die Motivationen, Präpp zu nehmen? Wir haben zum Beispiel auch jemanden dabei, der inzwischen wieder aufgehört hat, Präpp zu nehmen und erzählt, warum er sich dafür entschlossen hat. Und wir haben auch einen Transmann dabei, der Präpp nimmt und eben auch nochmal ganz speziell aus Sicht eines Transmannes erzählt, warum er Präpp nimmt. Und den Film kann man online gucken unter www.prepster.info schrägstrich Präpp-17. Und den gibt es auch mit deutschen Untertiteln. Wir haben also auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Präpp.jetzt. Da sind wir inzwischen, ich glaube, knapp 700 Mitglieder. Und da findet man sozusagen immer ein offenes Ohr oder eine offene Tastatur, die einem dann antwortet, wenn man nochmal weitere Fragen hat. Und dort posten wir auch regelmäßig so neueste Erkenntnisse und Entwicklungen. Also kann ich auch nur sehr empfehlen auf Facebook Präpp.jetzt. Dann sage ich an der Stelle jetzt mal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wirklich umfangreich aufgeklärt hast über dieses Thema, weil das ja momentan überall irgendwie so halbwegs diskutiert wird, aber nicht komplett beleuchtet wird. Und da hast du schon wirklich jede Menge Infos beigetragen, damit das jetzt auch wirklich jeder versteht. Und wir hoffen mal, dass sich dann auch demnächst die Möglichkeiten in Deutschland mit Präpp und an Präpp ranzukommen deutlich verbessern. Ja, hat mich auch gefreut. Also ich finde das wirklich sehr schön. Das ist so ein Phänomen bei Präpp, dass Präpp-Benutzer andere Präpp-Benutzer informieren. Und ich glaube, das ist auch so die beste Methode, um diese ja doch sehr komplexen und weitläufigen Informationen so weiterzugeben. Da kann man auf Webseiten zwar schon ganz viel finden, aber eben so die persönlichen Gespräche zwischen Präpp-Benutzern, das ist wirklich ganz, ganz toll und hat auch so ein ganz neues Feeling von Community. Ja, das stimmt, das stimmt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese ganzen alten Aids-Epidemie-Filme, die immer so total dramatisch und extrem sind, aber dann immer so dieser kleine Funken von Community aufflammt, wo man dann halt immer sieht, dass die Community nicht nur aus den Homos, die sich irgendwo, keine Ahnung, in Seitengassen treffen, sondern dann gibt es halt auch noch die Lesben, die einhelfen und die einzelnen Unter-Communities, die sich dann halt zusammen tun und dann versuchen halt sozusagen etwas für einen oder für die ganze Community zu machen. Das Gefühl habe ich momentan mit diesem Präpp, wie du schon sagtest, auch so ein bisschen. Und es ist irgendwie schön, so diesen Community-Aspekt dann auch wieder mitzubekommen. Vor allem, wenn man das halt damals nicht mitbekommen hat. Ja, also das merke ich auch bei mir, weil ich bin, also ich bin Jahrgang 72, ich habe so die ganz schlimmen Jahre, da war ich einfach noch so ein bisschen zu jung oder kannte einfach auch noch nicht so viele andere schwule Männer und ja, finde das jetzt ganz schön, eben noch diese Community-Erfahrung zu machen und natürlich vor allen Dingen vor so einem sehr positiven Hintergrund, weil das, was jetzt so mit Präpp und auch mit Schutz durch Therapie jetzt möglich wird, ja, es ist einfach alles so hoffnungsvoll und das, ja, finde ich wunderschön. Ja, nach Jahren der Angst, die man dann im Endeffekt mit diesem Thema immer verbunden hat, kommt jetzt so etwas von wegen, so, jetzt hast du etwas an die Hand gekriegt, wo du dich dann halt wirklich schützen kannst und du hast es jetzt in der Hand auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt und habe eine Art von Prävention und nicht nur dieses, okay, benutze Kondome und pass bloß auf und überhaupt, das war ja immer so das, was ich als Kind und aufwachsender Jugendlicher immer mitbekommen habe, immer dieses Groß, dieser Age-Stempel, den man halt auch überall gesehen hat, das war immer so ein bisschen befremdlich und angsteinflößend, das empfinde ich mit diesem PrEP-Thema jetzt irgendwie gar nicht und das finde ich auch ganz angenehm, dass das jetzt anders gebrandet wird. Gut, dann vielen Dank nochmal an dich und an all die Zuhörenden, wenn ihr noch Fragen an mich habt, wenn ihr noch irgendein bestimmtes Thema besprochen haben möchtet, dann erreicht ihr mich ganz normal auf podcast.meinzgas.de über Twitter oder über Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mumpitz und Glitzer ist ein kostenloses Angebot und hat sich zur Aufgabe gemacht, quere, schwule, lesbische und trans Themen in der deutschen Podcast-Landschaft sichtbarer zu machen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, unterstütze uns auf Patreon, empfehle uns weiter oder kauf eins unserer fabelhaften Shirts. Weitere Infos findest du unter www.mainzgas.de und